Was zuletzt geschah? Tut mir leid. Ha! Geil! Was heute passiert? So. Was? Oh, das war ein geiler Move, Alter. Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tanky Online. Mein Name ist Michi Schott, Michis Let's Plays. Und heute zocken wir mal mit Hornet und Freezy. Ja, es wurde sich in den Kommentaren gewünscht und das mache ich jetzt. Und wir müssen einen CP-Punkt erobern. Und ja. Und mein doppelter Schaden geht gleich weg. Wir haben keinen Gegner. Da hinten sind die ganzen Gegner. Hä? So. Schaden angerichtet, das reicht mir. Ähm. Ähm. Ja. Tut mir leid, dass die letzten Tage so wenig Folgen online kamen. Genau gesagt. So gut wie gar keine. Oder. Ja, gar keiner. Die leh. Erst am letzten Tag kam wieder eine. Der Grund dafür ist, dass ich Render-Probleme hatte. Die, das ist echt laut, das stört mich. Also für euch ist es glaube ich nicht so laut, aber für mich ist es echt laut. Auf jeden Fall, es gab Render- und Exportier-Probleme, deshalb hat es lang gedauert, bis ich halt wieder was hochladen konnte. Ich habe eigentlich auch gestern eine Folge aufgenommen, aber sie hat mir nicht gefallen. Die Folge mochte ich nicht, deswegen habe ich sie gelöscht. Ah, keine Ahnung. Irgendwie fand ich es nicht cool. Deswegen spielen wir einfach nochmal und ich erkläre nochmal quasi, was passiert ist. Und zwar, ich habe 1TB Speicherplatz. Das steht zumindest bei mir drauf auf der Festplatte. Oder beziehungsweise, ja Festplatte, ne. 1TB. Oh, jetzt hat er Schiss bekommen, ne. Jetzt weiß er, oh mein Gott, I'm fucked. Ah, unser Angreifer ist hinter uns. Ja, scheiße. So, okay, wir haben es geschafft. Wir haben es überlebt. Verhältnis 8-0. Geil. Gefällt mir. Oh, wir sind gerade noch so ausgewichen. Habt ihr das gesehen? Okay, schnell weg, bevor er uns nochmal anschießt. Okay. Wir schnappen uns das. Und fahren hoch, um die Heilung zu nehmen. Denn die brauchen wir. Ja, der hat uns gerettet, glaube ich sogar. Oh Gott. Wie ich rumgeschubst werde von ihm, ne. So, den haben wir jetzt auch erledigt. Oh. Bleibt es bei mir oder, ich weiß nicht. Oder werde ich hier rumgeschossen, so, so. Wie im so Mobkreis, so. Also, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall. Shit. Oh, nein. Woher kam das denn? Schade. Okay, 3-1-Verhältnis ist okay. Ist okay. Wir sollten uns den da uns holen, ne. Oder die hier. Komm, wir holen uns die hier. Ach du Kacke, fahren wir weg? Was soll ich tun? Ich sterbe. Kacke. Kacke, 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 Kacke. Wir sind auch, die sind auch in Führung, ne. Kriege ich den von hier aus? Ja. Interessant. So, wir brauchen das hier. Wir warten das ab. So. So. Leck, leck, leck. Tut mir leid. Kacke. Okay, okay. Wir fahren. Oh. Gemein. Heftig. Heftig. Einfach nur heftig. Das ist ungewohnt, in den Nahkampf zu gehen. Das ist wirklich ungewohnt. Oh, Mann. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit sagen, warum ich jetzt eigentlich nicht durchgeladen habe. Es hat seine Gründe gehabt, ne. Ich war nicht nur faul. Also, was heißt nicht nur. Ich war nicht faul. Ja, auf jeden Fall. Ich saß nicht nur faul da. Ich habe wirklich versucht, ich habe tagelang gekämpft, um die letzte Folge hochzuladen, wo ich über das Spezialisieren geredet habe. So, also beiläufig quasi. Also, nicht wirklich. Keine Ahnung. Okay, so. Oh, nein. Der greift mich an. Aber wir haben es überlebt. So, perfekt. Funktioniert hervorragend. Scheiße. Naja. Aber wir sind am Aufholen. Wir sind am Aufholen. Das ist gut. Es tut mir leid, ich konzentriere mich manchmal. Ich muss lernen, mich weniger zu konzentrieren. Nein, ich muss lernen, meine Konzentration beizubehalten. Und trotzdem mit euch über Themen reden. Wie zum Beispiel. Warum ist Kacke? Okay, ich habe jetzt zwei Missionen erfüllt und mir fehlt noch eine Mission. Und zwar Erfahrungspunkte in RGB sammeln. So. Ja, wir schnappen uns mal. Okay. Wir schnappen uns das. Ich sage dir, wir schnappen uns Doppelschutz. So eine Kacke. Kriegen wir aber das hier? Maus weg. Ja, wir haben es bekommen. Das ist doch... Nee, ich gehe raus. Das ist mir zu doof. Oh Gott, es ist laut. Also... Oh nein! Ach du Kacke! Weg! Was? 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 Was zur Hölle? Schaut mal rechts. Das ist ja voll arschig. Alter! Und ich dachte, ich gehe mal so in eine Schlacht rein. Denke mir, ja. Ganz easy. Und da stehen hier 5000... Drugger bei mir. So ein dreckiger... Mir fehlen die Worte, also ich weiß nicht. Nee, ich habe auch auf diese Schlacht an keinen Bock. Ich habe den Ball. Ich habe den Ball. Wohin musste ich? Ach du Kacke! Ich war weg. Okay. Ausweichen. Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Wow! Das war gerade... Oh, ich war gerade voll angespannt so. Haha! Wow! Oh! Gott! Wow! Huh! Ich habe gerade nichts gesagt, ne? Es war gerade voll still. Tut mir leid, aber ich war gerade voll unter Spannung so. Voll unter Strom so. Bzzz! Aber auf einmal hatte ich den Ball und er schießt auf mich. Goldbox wird bald abgeworfen. Die wollen einfach nicht, dass ich erzähle, wie ich... Da fällt sie. Da wird sie fallen. Oh, da ist sie! Nein! Oh, knapp. No. Jetzt bin ich traurig. Jetzt bin ich traurig. Die sah voll cool aus. So ein Hund. Habt ihr... Seht ihr ihn? Oh Gott! Den... Den schnappen wir jetzt. Er chillt da. An unserer Ecke. An unserer... Verfickten Ecke. Und drückt sich da dieses Zeug zusammen. Warte, aber zuerst müssen wir den hier erledigen. Oh! Ah! So. Ich will diese Schlacht nicht verlieren. Die logische Schlussfolgerung ist, dass ich jetzt durchdrugge. Ihr kleinen Peter. Verdammt. Du, was war das? Heftiger Move, Bro. Der war heftig. Okay, da hinten ist es. So, wir schnappen es sonst. Und fahren davon. Ich bin daneben gefahren. Nein! Ich bin daneben gefahren. Ich bin daneben. Oh! Oh! Oh Gott! Ah! Mir fehlen die Woh... Oh! Oh! Nein! Nicht mit mir! Ich probier's nochmal. Ich schaff das nicht. Das ist zum Weinen. Wo fällt es? In der Mitte. Wir werden uns versohlen. So. Okay, ich habe sie ein bisschen abgewehrt. Ein bisschen habe ich sie abgewehrt. Nein. Nein, das darf nicht sein. Das darf nicht. Komm schon. Nein! Nein! Das lasse ich nicht zu. Oh! Was ist passiert? Wo ist der Ball hin? Warum ist er auf einmal da hinten? Danke, Freak. Hallo! Äh, Grüße gehen raus? An dich? Ähm, hast du mich nicht gerade eingeladen? Ich kann da nicht spielen. Ich habe kein Pro-Abo. Tut mir leid. Ich kann nicht. Tut mir leid, Danke, Freak. Also, ich würde ja gerne. Aber ich kann nicht. Ich will kein Abo kaufen. Ja, und 600 GB? Übergehen darf ich das? Auch ohne zu zahlen? Nein, kann ich nicht. Ich habe kein Pro-Abo. Tut mir leid. Ich werde mir das jetzt nicht kaufen für 3000 Diamanten. Klingt eigentlich gar nicht mal so viel, aber ich spiele damit eigentlich nicht. Ich will... Ich will keine Pro-Schlacht. Tut mir leid. Hi! Danke, Freak. Hallo! Ich bin's, Michi. Jo. Ähm... Wer bist du jetzt eigentlich? Wo finde ich dich? Ach du Kacke! Hoho! Der hat mich... Der hat mich ja fast geron-hitted. Ungewohnt mit Horn-Hit. Mit Horn-Hit ist es echt ungewohnt. Aber der ist, glaube ich, weg, oder? Ich sehe ihn zumindest nicht. Okay. Wir sneaken uns hier mal ein bisschen durch. Ich banke mir jetzt mal ein Set... Oh! Ich banke mir jetzt mal ein Set, wenn ich... Ähm... Gerne. Also... Ich hab... Nichts gegen eine Goldbox. Wirklich gar nichts. Also... Du kannst mir tausende zuwerfen. Mich... Mich freuen Goldboxen. Weil... Ich hab ja letzte... Nicht bekommen. Das war sehr schade. Also wie gesagt... Ich... hatte Speicherplatz-Probleme. Okay. Ich muss mir das jetzt irgendwie noch zusammenschneiden, ne? Oh Gott! Das sind sehr viele Gegner. Sehr, sehr viele Gegner. Oh, das... Da bist du ja! Hallo! Hehehe! Witzig. Okay, ähm... Meine zwei Finger sind eingeschlafen. Mein... Rechter Ringfinger und mein... Oh Gott! Mein kleiner Finger. Auch der rechte. Es fühlt sich so merkwürdig an. Wieso... Wieso schlafen die ein? Warum? Was ist denn dein Problem? Also, Alter! Es fühlt sich echt merkwürdig an. Das sind auch meistens die Finger, die einschlafen, wenn ich Handy spiele. Ich habe keine Wahl. Ich muss durch... Und ihn so töten. Ähm... So. Wir warten ein bisschen. Wir haben Zeit, oder? Ja, komm, warten wir. Na, wie geht's dir so wie 43FX? Alter! Sei geduldig! Ich stehe hier da und warte und du kommst dann so angerollt und denkst dir so, hä, warum tötet ihr ihn nicht? Ja, vielleicht weil ich gerade eine Beziehung mit dem eingehen wollte, so die mehr als nur... Töten... B... B... Steht... Oh Gott! So, du? Oh, ich komm grad nicht klar mit den... Mit den Fingern, die sind eingeschlafen. Äh... BB... Oh Gott, die sind... Wie kann man noch so... Furchtbar... Ach du Kacke! Ah, meine Finger! Oh... Äh... Mein... Es fühlt sich an, als ob meine ganze Hand gelähmt wäre. Ich weiß nicht, was ich tue! Gott! Nein! Mein Gott! Scheiße! Ah... So... Was? Oh, das war ein geiler Move, Alter! Das war ein geiler Move! Wow, war das ein geiler Move! Also ich bin grad von meinem geilen Move begeistert! Wow! Cool! Oh Gott! Ich weiß nicht, was ich drücke! Meine Finger sind gelähmt! Ich spiele mit gelähmten Fingern! Mit gelähmten Fingern! Hä? Hilfe! Hilf mir! Ach ja, ich habe einen Container geöffnet, da waren 10.000 Kristalle drin. Und zwar, ich hatte Speicherplatzprobleme. Ich habe 1 TB auf Insgesamtspeicher und 400 GB habe ich belegt mit Fotos und Videos. Ich schneide sehr viel und filme und fotografiere sehr viel, deswegen ist da so viel Scheiß drauf. Ich weiß nicht, ob es normal ist oder nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, 400 GB sind drauf. Und logischerweise sind 600 GB noch übrig, aber mein Schneideprogramm dachte sich so, ja, denn du hast noch 600 GB, dann nehme ich sie mir. Auf jeden Fall, ja, 600 GB waren durch mein Schneideprogramm belegt. Ha, mein Bruder versucht in mein Zimmer reinzugehen, aber die Tür ist abgeschlossen. Haha, ich glaube, der hat es gehört. Hast du es gehört? Er hat alles gehört. Sag Hallo durch die Tür. Hallo. Lauter. Hallo. Hört ihr es? Ich hoffe, ja, sonst klingt es komisch. Auf jeden Fall, ja, mein Schneideprogramm hatte 600 GB belegt. Ich weiß nicht, warum. Also jetzt nicht das an sich, sondern das Zeug drauf, also die ganzen Videos, die ich da reinschneide, haben insgesamt 600 GB belegt. Wie das überhaupt möglich ist, weiß ich nicht. Ja, warte doch mal. Ich nehme gerade auf. Ja, nee, ich will gerade noch schnell die Story erzählen und dann die Aufnahme bänden. Ich nehme schon 45 Minuten auf und ich wollte eigentlich nur 15 Minuten aufnehmen. Nein. Na, thank you online. Genau. Auf jeden Fall, ja, jetzt muss ich jetzt versuchen zu bereinigen. Ich habe jetzt so viel gelöscht und das Ding ist, ich kann keine langen Videos mehr exportieren und eigentlich wollte ich jetzt eine kurze Aufnahme machen, um sowas zu verhindern, aber ich habe es nicht geschafft. Tut mir leid. Mal gucken, was draus wird. Auf jeden Fall, ich werde jetzt Sachen löschen und hoffentlich wird es irgendwie besser, weil ich habe richtig viele Videos, die habe ich in ein, in das Programm reingemacht, weil ich sie alle klein schnippeln wollte, damit ich ein langes Video habe mit sehr vielen lustigen Momenten und dann die ganzen anderen Videos, wo halt nicht nur lustige Momente drauf sind, sondern halt unnötiges Zeug, wollte ich löschen. Und deswegen werde ich halt das schnell schneiden müssen, alles irgendwie löschen. Und alter, ist mein kleiner Finger taub. Unglaublich. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Mir hat das Spaß gemacht. Alter, ich habe noch nie so einen Taubenfinger. Wow. Warte, es fühlt sich an wie... Wie, wie, wie... Wie... Wie fühlt es sich eigentlich an? Ich weiß es gar nicht. Wie irgendwas mit... Irgendwas ausgestopftes. Auf jeden Fall vermerkwürdig. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Mir hat das Spaß gemacht. Und... Ja. Viel Spaß im nächsten Video. Und ich sterbe gleich.